Hallo Freunde der Nacht, da bin ich euer Zahadou mit einer neuen Folge Surviving Mars. In der letzten Folge haben wir den Weltraumlift fertig bekommen und es war auch dringend notwendig, weil die elektronischen Geräte sind uns fast ausgegangen. Mittlerweile haben wir die Produktion nach oben gekurbelt, indem wir die elektronischen Fabriken überlastet haben. Das ist natürlich nicht so gut für die Arbeiter und natürlich auch für die Maschinen dort, aber vor allem natürlich für die Arbeiter, die bekommen da Mali. Die sind dann halt genervt, aber es war notwendig, um das erstmal aufzuhalten. Ihr seht jetzt, produzieren wir Maggi, also ganz wenig mehr, als was wir insgesamt verbrauchen. Das hält sich jetzt alles so die Waage. Und wenn wir jetzt das aber wieder runterschrauben würden, die elektronischen Fabriken, dann wäre der Verbrauch bedeutend, bedeutend höher. Deswegen, wir hatten uns hier 200 von diesem Weltraumlift liefern lassen. Das ging auch rucki zucki, also das ist eine feine Sache, so ein Weltraumlift. Haben wir den mal gesehen, wie der funktioniert? Kostet natürlich auch, ihr habt es gerade gesehen, 120 Energie, einfach unfassbar. Wir werden den, ach so, es erhöht, weil er hier im kalten Gebiet steht. Aber wir haben ja auch gerade eine Kältewelle. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch schon diese Megakubel fertig, aber die Kältewelle macht uns hier einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen wieder auf die Elektrizität aufpassen. Die Fusionsreaktoren geben auch wieder Gas ohne Ende. Und schaut euch einfach mal den Wasserverbraucher an. Der ist einfach komplett mal durch die Decke geschossen. Deshalb werden wir uns jetzt um eins nach der anderen kümmern, was jetzt halt erstmal wichtig ist. Wichtig ist, dass wir jetzt noch mehr Wasserquellen uns erschließen. Entweder wir holen uns jetzt hier diese zwei Wasserquellen. Das Problem ist, dass es nur ein durchschnittliches, also auch nicht gerade sehr prickelnd. Und hier unten, was hatten wir hier unten? Niedrig sogar. Nur mal niedrig bringt, noch weniger als durchschnittlich. Das ist sehr niedrig hier. Wir bringen es drei. Das ist durchschnittlich. Wie bringt dieser Wasserreaktor? Fünf. Das sind drei Feuchtigkeitsfaboratoren, Leute. Also langfristig gesehen bringt es uns ohnehin mehr, wenn wir hier... Also wir müssen ja, ob wir wollen oder nicht, irgendwann enden hier die Vorräte an Wasser. Dann brauchen wir riesengroße Felder mit Feuchtigkeitsfaboratoren. Und wir werden das beibehalten, dass wir hier überall auf diesen Trassen, entlang diesen Trassen, wo wir ja schon Rohre und Stromkabel verlegt haben, auch Feuchtigkeitsfaboratoren hinbauen. Wir müssen halt nur genügend Abstand halten, damit die auch gut funktionieren. Und es muss ein Lager in der Nähe sein, damit die repariert werden können. Hier oben gibt es doch auf jeden Fall Lager, na klar. Da kann man nochmal zwei hinbauen. Das müsste auch von dem Tronhub locker abgedeckt werden können, von der Reichweite. Die Gesteinsabfalllager können wir hier zerstören, fragt mich nicht mehr. Ich glaube, wir hatten hier oben einen großen Wasserextraktor am Start. Darum müssen wir uns übrigens auch kümmern. Schaut mal die Gesteinsabfälle. Wisst ihr noch die Tage, wo wir zehntausende Einheiten Gesteinsabfälle hatten? Jetzt haben wir nur noch einen Bruchteil davon. Und deshalb, ihr seht es da oben, sieben Gesteinsabfallanlagen, die nicht arbeiten. Zeigt uns die mal hier zum Beispiel. Hier gibt es auch, doch hier gibt es schon noch einen Edelmetall-Extraktor, der ordentlich Gesteinsabfälle aushebt. Wie viele sind denn hier noch drin? Ja, 22.000. Aber da reicht voll und ganz eine einzige Gesteinsabfallanlage aus, um das hier zu verbrauchen, die Gesteinsabfälle. Warum haben wir hier noch eine große Mülldeponie? Brauchen wir nicht. Kann abgerissen werden. Hier kommt auch kein neuer Gesteinsabfall irgendwo her. Deshalb schlachten wir die Mülldeponie aus und auch diese Gesteinsabfallanlage ebenso. Es sind immer noch neun Gesteinsabfallanlagen, die nichts zu tun haben. Hier oben kommt ein bisschen neue Abfälle zu Tage, weil hier noch ein Metall-Extraktor am Start ist, aber auch nur ganz, ganz wenig. Wie viel ist hier noch drin? 2000. Ja, dann können wir eine einzige Gesteinsabfallanlage hier auch noch arbeiten lassen. Wie sieht es denn hier aus? Hier braucht man auch auf keinen Fall mehr fünf Gesteinsabfallanlagen, also drei Arbeiten. Dann reißen wir die zwei ab. Mal schauen. Hier kommen ja Gesteinsabfälle raus. Ja, also der Ausgräber produziert Gesteinsabfälle und auch die Mohol-Mine. Aber nur, also die holen ja sofort die Gesteinsabfälle ab und die werden verbraucht. Deshalb reicht hier auch für jede dieser Wunder eine große Mülldeponie aus. Warten wir noch Gesteinsabfallanlagen. Das sind große Mülldeponien, die sind nicht mehr von Nöten. Wir müssen hier auch nicht 20 Drohnen am Start haben. Zehn reichen, glaube ich, hier auch komplett aus. Drei Gesteinsabfälle, die nicht unter Feuer sind. Na, die lassen wir ja, wie gesagt. Weil da kommen ja ab und zu noch Gesteinsabfälle raus. Ja, kommt. Wir schlachten hier auch noch eine ab. Äh, eine ab. Grußlich. Eine aus. Oh Mann. Wo ist das? Ach, hier unten. Das ist aber ein tiefliegendes Wasservorkommen. Heißt, wir können hier auch eine ausschlachten. Und eine lassen wir mal. Holen die eigentlich auch Gesteinsabfälle ab? Es sah mir gerade so aus. Da könnte man halt die Kollegen, die Gesteinsabfallanlagen generell an den zentralen Ort umzubauen. Aber wir lassen es jetzt erstmal noch so. Das ist jetzt auch nicht dringend notwendig, weil Beton produzieren wir mehr als genug. Worum wir uns halt kümmern müssen, ist um noch mehr Feuchtigkeitsraboratoren. Die werden dort jetzt halt gebaut. Aber das reicht uns noch lange nicht aus, Leute. Müssen wir da aufpassen, dass wir das so hinsetzen, dass die auch Strom haben. Wir haben das so blöd hingesetzt, dass es parallel verläuft und nicht unten drunter. Also ich kann euch nur empfehlen, das wirklich so verlaufen zu lassen, dass die Stromkabel und die Rohre übereinander verlaufen. Viel praktischer. So müssen wir jetzt hier noch ein Kabel ziehen. Aber naja, ist halt so. So wie hier, hier verläuft es auch parallel. Dann brauchen wir keine Stromkabel mehr verlegen. Hier müsste alles funktionieren. Hier haben wir es so clever hingesetzt, dass die Rohre nicht bis hin reichen. Klasse gemacht, sah du. Du Napswülze. Wenn die alle fertig sind, werden wir die Upgrades durchführen. Hier ist das Vaboratorenfeld. Hier können wir noch welche hinzimmern. Hier werden wir es auch so machen. Wobei, hier wird es nämlich dann knapp mit den Universallager, hat das noch die Reichweite? Wobei doch hier, das geht. Da kann man noch welche hinzimmern. Weil die müssen ja auch gewartet werden, die brauchen Metall zur Wartung. So, ich werde es hier, das mal wieder. Treibstoff sind wir im Plus. Das ist schön. Wie läuft es mit der Nahrungsversorgung? Kommt es da wieder zu irgendwelchen Knotenbildungen? Natürlich. Der lädt wieder nichts ein hier. Das nervt ein bisschen. Und der lädt wenigstens ein. Welcher ist denn das jetzt? Der holt von hier. Wo bringt er die hin? Dorthin. Ich glaube, das kann man aber ohnehin abbrechen. Weil ihr habt ja gerade den Berg in diesem Lager gesehen. Das war ja exorbitant. Dann soll der mal dorthin. Wie geht es unseren Touristen? Kann man hier auch hinschauen. Genießt die Urlaubsreise. Sol 1 bis 5. Schön. Freut sich wieder auf zu Hause. Sol 6 bis 10. Nein, noch keiner. Will einfach nur noch weg. Sol 10 plus. Nö. Mal schauen, wie es denen gefällt. Dann, irgendwann werden sie mal ihre Reise beenden. Mal gucken, wie das Fazit dann halt ausfällt von denen. Da knallt ja alles weiter voll. Wir werden das hier umändern und hier in den Lager hinbauen. Ich schlachte das mal aus. Ein Nahrungslager. Wir müssen sofort ausschalten, dass die hier dort keine Shuttles anlanden lassen sollen. Sonst holen die das alles wieder ab. Kann ja keiner ahnen, dass die zu dumm sind. Die Shuttles. Abreißende Touristen verlassen den Mars. So, jetzt sind wir gespannt. Sie sind mit 20 Zufriedenheit heringekommen. Perfekten Komfort verloren. Wie gesagt, wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass die Kältewelle halt gekommen ist. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Freut sich wieder auf zu Hause? Okay, aber das ist doch normal. Wenn man eine Weile im Urlaub war, dann freut man sich doch auch wieder auf zu Hause. Sind die drei Touristen drin? Nein, noch nicht. Kältewelle ist bald zu Ende. Anderthalb Sol ist noch. 1, 2 und da kommt der dritte. Komfort, Zufriedenheit 46. Moral ist auch gut. 41, Moral 66. 68 und bei dem hier. 68 und 48. Ach, ist doch okay. Also, hm? Kriegen wir jetzt irgendwas an Geld von denen? Keine Ahnung. Jedenfalls sind die drei jetzt drin. Rakete ist beladen. Zur Erde zurückkehren. Abreisende Touristen, 66 Millionen Geldmittel und sechs Bewerber erhalten. Ja. Ich finde es gut. Es sind jetzt sechs neue Touristen und dann schicken wir die wieder hier hin. Wie können wir es denn denn noch erträglicher machen? Ja. Also die haben eigentlich alles. Na ja, die Arbeitskräfte, hier waren noch nicht wirklich viele Arbeitskräfte da. Also könnte es sein, dass es vielleicht auch deswegen schon abgereist sind. Nicht sicher. Ist halt alles noch ein bisschen neu. Aber wir holen dann, wenn die Rakete angekommen ist, holen wir gleich nochmal ein paar Touristen hierher. Ja. Die Kuppel ist auch fertig. Schön. Das passt alles. Hier, das Gebäude ist eingefroren und hat auch gar keinen Strom. Und hier müssen wir noch Rohre verlegen. Ein Ventilzimmer mal noch rein und natürlich einen Stromschalter. Eine Menge Arbeitslose und auch Leute, die keinen Obdach haben. Es hält sich alles in Grenzen von der Anzahl her. Jedenfalls in unserer Capital City. Shuttle-Zugang beschränken. Die sind unterwegs. Und das Teil belädt auch voll. Schön. Dann lasst uns noch ein paar Touristen herholen. Eins, zwei. Das ist kein Tourist. Sind das sechs? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja. Auf geht's. Kommt zu uns. Besucht uns auf dem Mars. Es ist Shea. Das hat man ausgeschalten hier, oder? Zwei Arbeitsschichten. Das reicht eigentlich aus. Ja. Und den Betriebsbereich vergrößern. Ja, ebenso. Sind die Vaporatorenfelder soweit fertig? Ich glaube, ja. Dann macht man bitte das Upgrade. Und wo haben wir noch Platz für weitere Vaporatoren? Oben müsste es da noch Platz geben. Ja. Schaut mal hier oben. Gibt es auf jeden Fall noch Platz. Kälte Welle ist bald zu Ende. Hier können wir noch schön Feuchtigkeitsvaporatoren dran ballern. Könnte es ein bisschen zu weit draußen sein. Dann gibt es hier irgendwo ein Universallager. Ja, hier. Schön. Aber da gibt es keine Strömlinge mehr. Dann müssen wir hier oben noch Stromkabel verlegen. Ja. Nicht sicher. Wahrscheinlich reicht das aus dort. Aber wir haben vorerst einfach noch ein Stromkabel hingesetzt. Beziehungsweise ich glaube, das geht automatisch gleich. Das hat es gar nicht mal hingesetzt. Und von hier und dorthin. Neue Planetenanomalien. Naja, kennt meine Meinung dazu. Das hätten sie können alles irgendwie anders machen. Ich bin da nach wie vor kein Fan von. Das ist ein Nahrungslager. Ja, das ist, weil es eingefroren ist. Und hier das Diner. Da fehlt es an Nahrung. In der Capital City. Das ist nicht schön. Sind die Drohnen hier so ausgebucht? Oh. Gibt es noch fünf Drohnen drin? Wieso haben wir hier so viele Drohnen abgezogen? Oder sind mal welche draufgegangen? Durch einen Meteoriteneinschlagverweis. Das kann man auf jeden Fall aber nach oben wieder bringen. Man kann es ruhig auf 15 hochbringen. Was sieht es eigentlich mit den Drohnenfertigbauten hier aus? Ich baut noch mal ein paar. Und wir haben jetzt so viele Maschinenteile. Wir gönnen uns hier mal noch ein Upgrade. Von der guten Mohol-Mine. Perfekt. Warum ist hier die Auslastung so hoch? Ja, sie arbeiten schon 20. Gut, wir gönnen euch halt noch mal Geldmittel erhalten. Ach so, ja, das ist die Rakete, die jetzt da angekommen ist. Auf der guten alten Erde. So, nochmal fünf Drohnenfertigbauten. Hingesetzt. Die Rakete ist auch da. Keine aktive Forschung. Ja, ja. Marsianische Urheberrechte. Und landet mal bitte. Das schalten wir aus. Hatten wir schon Kabel verlegt? Nee. Der Himmel gehört mir. Errungenschaft freigeschalten. Schön, schön. Wunschmenge hochbringen. Kuppelheizung. Das Eis schmilzt und du siehst, wie die Kolonisten wieder ihrem geregelten Alltag nachgehen. Die Stimmung ist beinahe heiter. Du bist mit dem Bericht über die Agrarkuppel 2 fertig und versicherst deinem Sponsor, dass das Problem mit der Heizung vollständig behoben wurde. Der Vorfall scheinen die Kolonisten angespuren zu haben. Effektmoral plus 20 für 5 Souls. Schön. Ein neuer Tag, eine weitere Katastrophe abgewendet, können wir sagen. Oder Doktor, weil wir sind ja Doktor, sagen wir den Kolonisten, dass sie es für ein paar Tage ruhiger angehen und viel Flüssigkeit zu sich nehmen sollen. Und gewährt einen Besonnenheitsboost. Und dann machen wir das. Hier kommen sie an. Die Touristen. Schön. Dann lasst uns jetzt hier die unterdurchschen Heizungen abstellen. Aus sind sie. Und wir machen siebzehn plus. Krass, oder? Von minus sieben, also der Unterschied ist, ja, 24. Ich schaue bloß gerade, wo wir die Laboratorenfelder hingebaut hatten. Hier. Die Upgrades müssen wir jetzt noch überall durchführen. Das ist noch gar nicht fertig gebaut, ja, sehe ich gerade. Polymere. Die werden benötigt, aber zur Reparatur werden, glaube ich, Maschinen, äh, Maschinenteile. Die Bevölkerung wächst und wächst und wächst und wächst. Nahrung sieht es aber auch noch gut aus. Dann gehen wir mal, ja, Problem, würde ich das jetzt nicht nennen, aber dann gehen wir mal die Sache mit den VR-Werkstätten an, würde ich sagen. Das ist eine Menge arbeitslos und auch obdachlos. Hatten wir sonst noch, ach ja, die Fusionsreaktoren müssen wir auf jeden Fall wieder runterbringen. Elektronische Geräte bringen wir mal noch nicht wieder runter, die Fabriken. Wir müssen in der neuen Kuppel auf jeden Fall Fabriken bauen, elektronische Geräte, dass die Produktion da angekurbelt wird. Das muss auch keine dritte Arbeitsschicht mehr sein, arbeiten. Wir haben genügend Edelmetalle hier oben, ihr seht das. Edelmetallproduktion 72, dafür braucht es aber auch ordentlich gestiegen, du, Mama mia, 47. Na ja, ist klar, wir hatten ja, wir haben ja gesagt, die sollen die Auslastung nach oben bringen. Hier hat man eine Elektronikfabrik, ja, hier seht ihr es. Heftig. Schwierig, aber nützt alles nichts. Wir gönnen uns hier eine Orkologie. Und dann geht das Ganze wieder dibble-double die Tore, Stück für Stück. So wie in den anderen Kuppeln halt zuvor auch schon. Lasst uns hier eine Kindertagesstelle bauen. Ein Spielplatz, eine Schule, eine Mars-Universität. Und das war es erst mal, wobei wir können auch gleich noch ein paar Apartmenthäuser hinbauen. Und wir brauchen für die Produktion, halt, das machen wir als letztes. Vorher müssen wir mal noch Kuppelsurls hineingehen, Weltraumbau. Ein Diner. Krankenstation, ganz wichtig. Eine Sicherheitsstation. Und zwei Lebensmittelläden. Ich würde... Na, das passt hier noch rein. Wo bauen wir den anderen Lebensmittelladen noch mit rein? Ein bisschen verteilen. Ich würde sagen, hier auf die Seite ein Kunstladen und ein Elektronikladen. Ja, so fünf Dreiecke. Das reicht gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Dreiecke braucht man schon für Kuppelservice. Das ist krass. Aber, ja, nützt ja nix. Aber die Megakugeln sind trotzdem nach wie vor genial. Was erreicht jetzt auch erst mal aus? Was wir da jetzt produzieren? Die Solarkollektoren müssen wir abschalten. Und die Stirling-Generatoren werden wir schließen. Einmal frei. Wie geht's unseren Touristen? Den gefällt's? Die genießen die Urlaubsreise. Es scheint wirklich so zu sein, dass, wenn sie zufrieden sind, durch Mundpropagante weitergeben und dass dann halt wieder mehr Leute zu uns kommen. Über 100 sind auf Jobsuche. Das sind drei VR-Werkstätten wären das. Also Arbeitskräfte. Wir sind jetzt bei 31 Prozent. Dann können wir hier VR-Werkstätten wieder hinbauen. Aber, nicht vergessen, wir brauchen natürlich erst einmal, das wollte ich vor uns noch bauen, die Produktionsstätten hier, die Elektronikfabriken. Ich bin mir nicht sicher. Zwei. Wir produzieren mal zwei. Vielleicht reichen zwei aus, damit wir uns selber versorgen können mit Elektronik-Teilen, elektronischen Geräten. Ansonsten müssen wir wieder den Weltraumlift bemühen, muss ja aber nicht unbedingt sein. Sicherheitsstationen muss repariert werden. Weltraumbar ebenso und die Gesteinsabfallanlage hier hat nicht genügend Gesteinsabfälle. Wirst du was, dann schlachten wir die halt auch noch aus. Ich hätte gedacht, die Morhol-Mine und der Ausgräber würden viel mehr Gesteinsabfälle rausballern, aber offensichtlich nicht. Also eine scheint hier komplett auszureichen. Mal gucken, wenn das Upgrade durch ist, dann wird ja sicherlich auch mehr Gesteinsabfall hier produziert werden. Jetzt müssen wir mal sehen, wie das dann ist. Aber es ist jetzt nichts extrem Wichtiges, wo wir als Tierricht drauf aufpassen müssen. Das Upgrade müssen wir kontrollieren. Hier gibt es Nahrungsmittelprobleme. Ja. Weil noch gar keine Nahrungsmittel hier angeliefert wurden, oder? Doch, ein paar sind da. Aber mir gefällt es nicht, dass das Drohnenhab hier so weit weg ist. Wir werden hier noch einen Drohnenhab hinbauen, Leute. dann ist das Drohnenhab hier näher an der ganzen Sache und kann das Drohnenhab hier auch ein bisschen entlasten. Die Wege sind ja einfach extrem weit. Und so verkürzt, dass die Wege um einiges... Wir haben doch noch einen Transporter übrig, oder? Ne, der hat zu tun. Der... Was macht denn der her? Ne, genau. Den haben wir noch übrig. Was wir die Megakuppel hier noch versorgen? Der lädt dort Nahrung ein. Wo lädt denn der andere Nahrung ein? Der scheint... Entweder der lädt da hier... Ja, der lädt hier Nahrung ein. Okay. Wisst ihr was? Dann soll der mal... So wie es ausschaut, gibt es ja auch mehr als genug Nahrung. Aber die hier... Die Wegstrecke ist halt extrem kurz. Also in kürzester Zeit müsste das dann hier voll sein. Aber wir machen das mal ganz gekonnt. Wir machen das Micro... Management mäßig. Und fahren dort von Hand das Zeug hier rüber. Ich hätte fast gesagt, das Gelumpe hier rüber. Noch sollen die Shuttles das hier beliefern. Ich fände es schön, wenn es hier einen Button gäbe, wo man sagen könnte, nur herbringen. Nichts mitnehmen. Aber gibt es leider nicht. Es sind noch viel zu viel Mülldeponien. So viel brauchen wir ja nicht. Sie hat mir auch schon Mülldeponien hingezimmert, wohl wegen den Feuchtigkeitsfaboratoren. Die werden anscheinend auch doch abgeholt. Und dann wird das sofort zu den Gesteinsabfallanlagen geliefert. Das ist wieder eine feine Sache. Okay, Freunde der Nacht. Das war es für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen oben da. Schmeißt was in den Kommentarleisten. Rechts oben gibt es natürlich noch einen Button, um meinen Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye, bye. Euer Sadu.